So, checke ich kurz mein Mikrofon, dass auch alles in Ordnung ist. 1, 2, 3, jawohl, man hört mich, hervorragend. Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich teilgenommen haben. Wir wollen uns heute mal über das Thema, wie wir ein altes oder ein älteres MIRASYS System auf die neueste Version MIRASYS Spotter Version 9 upgraden können, was die Vorteile sind und so weiter und so fort unterhalten. Ja, lassen Sie uns erst einmal, bevor wir starten, lassen Sie mich selber mal kurz vorstellen. Mein Name ist Udo Schneider. Ich bin der Sales & Business Development Director bei MIRASYS, bin jetzt seit fast acht Jahren bei dem Unternehmen beschäftigt und kenne es in- und auswendig und freue mich, dass Sie heute dabei sind. Bevor wir jetzt starten, vielleicht noch ganz kurz eine kleine Hausaufgabe. Wenn Sie Fragen haben, dann haben Sie in Ihrem Tool, mit dem Sie dieses Webinar ansehen, eine Fragebox. Dort können Sie die Fragen hineinstellen und wir werden sie dann so am Ende dieses Webinars tatsächlich beantworten. Es ist ganz wichtig, dass wenn Sie eine Frage stellen, die ich jetzt persönlich nicht beantworten kann, die es vielleicht eines Entwicklers bedarf oder einer tiefer gehenden Antwort, dass Sie einfach auch Ihre E-Mail Adresse dazu stellen, dazu setzen, sofern Sie anonym eingeschaltet sind, damit wir die auch nachträglich dann noch beantworten können. Lassen Sie uns mal einsteigen. Was ist der Inhalt heute? Wir möchten uns natürlich über das V9 Upgrade unterhalten. Ich möchte ganz kurz noch mal einen Überblick über die Spotter-Modelle geben, die es heutzutage gibt, die wir heute haben. Dann möchte ich darauf eingehen, warum überhaupt das Update? Warum ist das heutzutage notwendig oder warum kann es notwendig sein? Und dann möchten wir natürlich das Upgrade einmal aus der geschäftlichen, also aus der finanziellen Sicht uns anschauen und dann aus der technischen Sicht natürlich. Was ist dazu notwendig? Ja, und dann zum Schluss Fragen und Antworten. Sie sehen, heute habe ich gar nichts über Mirasis, weil ich davon ausgehe, dass die meisten Teilnehmer heute tatsächlich Mirasis bereits kennen, auch unsere Software bereits kennen, vielleicht schon vor längerer Zeit damit zu tun gehabt haben oder erst in kürzerer Zeit. Deswegen habe ich mir heute diese Slides, dieses Intro gespart. Wer dennoch etwas mehr über Mirasis wissen möchte, dem sei auch unser YouTube Channel empfohlen. Dort haben wir alle Webinare, die wir bisher gehalten haben, abgelegt als Videos. Sehr interessant, sehr informativ. Also schauen Sie sich da einfach nochmal um. Warum überhaupt das Upgrade auf Version 9, unsere neueste Version? So, ich möchte zum ersten Mal, wie gesagt, auf die Spotter-Modelle eingehen. Wir hatten bis jetzt in der Version 8, Version 7 und Version 6 nur sehr, sehr ganz, ganz, ganz wenig Modelle. Also in Version 8 hatten wir eine Enterprise Version. Das ist so im Prinzip die allumfassende Enterprise Corporate Lösung, die wir haben, wo alle Features drin sind und so weiter und so fort. In Version 7, das kennen viele von Ihnen, hatten wir noch eine Version Pro und eine Version Enterprise. Das heißt so eine abgespeckte Lösung für einen Einzelrecorder oder für einen Einzelserver. Und wir haben das in Version 9 im letzten Jahr geändert. Es gibt jetzt also eine Version 9 Spotter Base Pro, Enterprise und Enterprise Plus. Was sind so die Unterschiede? Das hängt wirklich davon ab, für was Sie das benutzen wollen. Fangen wir mal mit dem Base an. Base ist im Prinzip das alte Pro. Das heißt, Sie haben einen Server, Sie haben 20 Kameras, Sie haben einen Nutzer, der sich die Videodaten anschauen möchte. Sie haben keine großen Anforderungen. Dann ist Spotter Base bestimmt die bessere Lösung, die beste Lösung für Sie. Den Pro, den Sie aus der Version 7 kennen, haben wir aufgerüstet in 9. Das heißt, hier können Sie drei Server miteinander vernetzen zu einem System und jeweils 50 Kameras, also insgesamt 150 Kameras in einem System zusammenschalten. Es gibt da ein paar Einschränkungen. Es gibt zum Beispiel keine Videocontent-Analyse dort. Aber ansonsten ist der relativ vollständig und bietet Ihnen auch hier schon etwas für kleine Industrieareale, für Schulen, für regionale Überwachung und so weiter und so fort. Die Spotter Enterprise ist das, was Sie auch noch von der alten Enterprise kennen. Das ist also unsere voll ausgestattete Lösung. Hier können Sie auch, wie früher auch üblich, die Videocontent-Analyse zusätzlich dazukaufen pro Kamera, für die Sie das tatsächlich benutzen. Ja und dann haben wir noch eine Enterprise Plus geschaffen. Das ist im Prinzip eine Lösung, die auch die Videocontent-Analyse beinhaltet in jeder einzelnen Lizenz. Es gibt Unternehmen, es gibt Kunden, die brauchen das tatsächlich und da ist natürlich hier ein kleiner preislicher Vorteil dabei. Aber im Prinzip ist das etwas, wo, wie gesagt, wenn ich Videocontent-Analyse für alle Systeme, für alle Kameras benötige, dann nimmt man die Enterprise Plus. Die Motion Detection, also unsere berühmte Motion Detection in dieser dreifachen Ausführung, ist natürlich in allen anderen Modellen enthalten. So, so können Sie tatsächlich kosteneffizient Ihr System aufbauen. Worauf ich heute nicht eingehe, ist, wie wir zum Beispiel die Systeme untereinander upgraden können. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, auch eine Pro-Version, eine V7 Pro-Version auf V9 Pro aufzurüsten. Ist im Prinzip das gleiche wie die Enterprise. Man macht das genauso. Die Spotter Base, da gab es ja früher nichts. Da gibt es auch keine Hochrüstung dafür. Und es gibt auch, ich spreche heute auch nicht über die unterschiedlichen Hochrüstungen, zum Beispiel um von Spotter Base auf Spotter Pro auf Spotter Enterprise zu springen. Das ist etwas, was wir in einem anderen Seminar bereits besprochen haben. Also wir konzentrieren uns heute wirklich auf die Spotter Enterprise, wie wir sie hochrüsten können. Ja, warum sollen wir überhaupt ein Upgrade machen auf Spotter 9 Version 9? Zum einen haben wir unser System ausgestattet mit neuen Technologien. Das, was Sie früher als VCR, Video Content Analyse, kennengelernt haben, ist oder war relativ veraltet. Das war State of the Art, aber es gibt heutzutage immer bessere Module dafür. Es gibt neue Funktionalitäten dazu. Es wird auch hier geht ein bisschen in Richtung KI, künstliche Intelligenz. Und diese neuen Technologien setzen wir natürlich auch in der Spotter Version 9 ein. Wir haben das System auch so aufgerüstet, dass wir kundenspezifische künstliche Intelligenzmodelle erzeugen können und diese auch dem Kunden darreichen können. Also da gibt es bereits Projekte dafür, ganz spannende Geschichten, wo wir dann tatsächlich spezifisch auf Sie zugeschnittene Verhaltensanalysen machen können, die Sie auch dann einsetzen können. Es wird ganz spannend jetzt auch im Herbst etwas kommen, was natürlich als Option zusätzlich dazu gibt und das gibt es nur in der Version 9. Das muss ich ganz klar dazu sagen. Es wird die Unterstützung von Nummernschild-Erkennungskameras geben, von HICVision, Dahua, von Axis und wahrscheinlich noch von vielen weiteren. Das heißt, wir können aus unserem System heraus die Nummernschilder in dem Listing dieser Kameras verwalten. Wir können sie auswerten, wir können Alarme generieren, wir können Aktionen auslösen, zum Beispiel eine Schranke aufmachen und so weiter und so fort. Das haben wir jetzt neu eingeführt, nachdem wir mit unserer alten Version nicht mehr so State of the Art waren. Es wird dazu im Ende des Jahres eine komplett eigene Lösung geben. Das heißt, wir werden Nummernschild-Erkennung auf dem Server mit jeder x-beliebigen Kamera machen können und wir werden auch eine Gesichtserkennung mit jeder x-beliebigen Kamera machen können. Das werden Optionen sein, die Sie dazu kaufen können als zusätzliche Lizenzen, weil da steckt eine Menge Entwicklungsaufwand dahinter. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, in der Spotter Version 9 werden Sie dann in der Lage sein, Nummernschilder und Gesichter zu erkennen und damit Aktionen auszulösen, wie zum Beispiel Schranken zu öffnen, Türen zu öffnen und so weiter und so fort. Ja, dann kommt das ganz große Thema, was uns auch in der Zukunft noch mehr beschäftigt, eine neue Architektur. Wir werden Spotter Version 9 und die Version 10, die wir jetzt schon planen, für nächstes Jahr in der Kommunikation komplett umbauen auf HTTPS Kommunikation. Da werden noch mehr Dinge kommen. Sie wissen, dass wir den Trend haben oder dass wir auch unsere Fokus, unsere Ausrichtung auf Cloud-basierende Lösungen geht. Also dort werden wir funktionalen Funktionen und die Architektur komplett umbauen, sodass sie auch sehr modern wird, dass sie noch leichter zu handeln wird, dass sie noch performance sparender wird. Also das wird kommen. Und dann haben wir auch Proxy Metadatentreiber mittlerweile installiert. Das heißt, das sind Möglichkeiten, zum Beispiel Kameras, die selber intelligent sind, die Metadaten auszulesen auf eine ganz einfache, simple Art und Weise und tatsächlich diese Informationen auch zu verarbeiten. Der ganz große Punkt sind natürlich neue Funktionen. Das ist ganz klar. So ein System wächst auch mit den Anforderungen der Kunden. Ich möchte hier nur kurz aufführen, neben all den ganzen anderen Geschichten, die wir bereits realisiert haben, die Personensuche als Option. Das heißt, die forensische Analyse nach dedizierten Personen, nach Ähnlichkeiten auf verschiedenen Kameras. Ich verweise auch hier wieder auf das Webinar, was wir vor zwei Wochen gehalten haben, was seit vorgestern, glaube ich, auf YouTube online steht. Dann gibt es den sogenannten Incident Manager. Das heißt, das ist ein Management Tool, das es Ihnen erlaubt, zentral alle Vorfälle, die Sie kreiert haben mit dem Spotter zu sammeln, wo Sie ein Storyboard geschrieben haben, wo Sie Exporte gemacht haben von Videos, wo Sie Kommentare gemacht haben. Das alles zentral zu verwalten, zentrale Zugriffsrechte zu geben und so weiter und so fort. Das ist also für größere Systeme. Den sogenannten Storage Locker. Das heißt auch hier zusätzlich dazu, was Sie exportieren, tatsächlich auch zentral zu verwalten. Das ist eine ganz, ganz große Anfrage, die wir gehabt haben, die wir Kunden auch spezifiziert haben. Sehr interessant. Darüber wird es auch dann demnächst ein Webinar geben. Ja, und dann die Gesichtsverpixelung natürlich. Das heißt, Verpixelung jeglicher Art von Gesichtern auf den Videos, um hier auch der GDPR oder den datenschutzrechtlichen Gründen etwas mehr entgegenzukommen. Wir nehmen auch die Sicherheit unserer Systeme sehr ernst. Wir sind soweit, dass wir Stream Verschlüsselung machen von der Kamera bis zum End-User. Bisher war das nur soweit vom Server, vom Recorder bis zum Nutzer. Jetzt nehmen wir auch die verschlüsselten Streams der Kamera in Empfang. Das geht ganz simpel, wenn man es für dedizierte Treiber und auch für OnWiV Kameras, sofern Sie die Verschlüsselung im OnWiV-T Protokoll unterstützen. So, und dann haben wir natürlich auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeführt. Das heißt, nicht nur mit einem oder zwei Passworte sich einzuloggen, sondern hier auch noch einen zusätzlichen Code über das Smartphone zu erhalten, mit dem man sich dann einloggen kann. Wir haben auch einen Partner, der hat einen ID-Card-Scanner mit implementiert, sodass man über eine ID-Card sich nur einloggen kann. Also da gehen die Möglichkeiten immer tiefer und Sie bekommen auch so mehr Sicherheit. Das sind nur so ganz kurzer Umriss über das, was wir wirklich gemacht haben. Ansonsten wäre die Liste irrsinnig lange und wir könnten uns hier Stunden unterhalten. Warum ein Upgrade? Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie Ihre Wartungskosten senken oder dass Sie auch die Betriebskosten senken. Das heißt, wir machen unser System noch intelligenter, noch intuitiver, noch zentralisierter, noch einfacher zu handhaben, um einfach auch Ihnen die Total Cost of Ownership zu reduzieren. Das heißt, Wartung zu zentralisieren und so weiter und so fort. Und ich möchte hier auch einen Punkt setzen für das Thema IT-Wartung. Heutzutage ein Video-Management-System ist ein IT-System. Es ist ein Sicherheitssystem, natürlich, weil es mit Kameras Videoüberwachung macht, aber auf der anderen Seite ist es ein IT-System. Es läuft auf Servern und in vielen Fällen haben die IT-Departments, die IT-Abteilungen der Unternehmen auch ihre Finger im Spiel oder sie müssen sie mit involvieren. Und gerade IT-Abteilungen sind es gewohnt, gewisse Lebenszyklen von Softwaren auch zu haben. Das heißt, heutzutage ist kaum mehr jemand da, der einen Server für, lassen Sie mal sagen, 10, 15 Jahre benutzt, sondern in der Regel liegen diese Lebenszyklen bei drei bis maximal fünf Jahren. Dann müssen den Server neu angeschafft werden, dann muss geguckt werden, was läuft überhaupt noch. Dann müssen die Betriebssysteme angepasst werden. Sie kennen das Thema. Und in dem Zuge werden auch viele Software einfach auf den neuesten Stand gebracht und genauso ist es bei uns auch. Ich möchte mal gerne darauf eingehen, aus geschäftlicher Sicht, wie schaut das aus, das Finanzielle? Das ist natürlich hochgradig interessant. Gehen wir erst mal auf die eine Seite. Sie haben keinen sogenannten Software Maintenance Vertrag. Software Maintenance Agreement oder SMA ist ja ab der Version 8 in jeder Lizenz, die Sie kaufen, enthalten für maximal ein Jahr. In diesem Jahr können Sie jegliche neue Software von uns nutzen, jegliches neues Release und einspielen. So und dann nach einem Jahr läuft dieser SMA-Vertrag aus und das war's dann. Dann haben Sie Möglichkeiten, noch diese Patches und so weiter einzuspielen oder auf der gleichen Ebene zu bleiben. Aber Sie können keine höhere Stufe, kein höheres Release mehr, Major Release, wie man so schön sagt, mehr einspielen. Für diesen Fall haben wir und zwar ab der Version 5, Version 5, 6, 7 und 8 ein attraktives Upgrade-Paket für Sie, das Sie bei unseren Partnern oder bei uns auch direkt erfragen können. Dann würden wir Sie an einen Partner weiterleiten, wo Sie für einen recht günstigen Preis wirklich ein System, das teilweise 12, 13, 14 Jahre alt ist, auf den neuesten Stand bringen können. Sie können sich vorstellen, es gibt Windows XP nicht mehr. Vielleicht haben Sie tatsächlich Ihr gekapseltes System noch auf Windows XP laufen und Sie wollen jetzt einen neuen Rechner anschaffen. Teilweise funktionieren Festplatten oder neue Peripherien nicht mehr mit den alten Rechnern. Dann haben Sie die Möglichkeit, hier wirklich aufzurüsten. So und jetzt gehe ich zu dem anderen Punkt, was wir viel lieber sehen, dass jemand einen bestehenden SMA-Vertrag hat. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, wie gesagt, im ersten Jahr ist das inkludiert und dann im zweiten, dritten, vierten Jahr können Sie das jedes Jahr optional neu bei uns bestellen. Das ist ein recht günstiger Preis, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann können Sie jederzeit die neuesten Funktionen, die neuesten Releases tatsächlich bei uns benutzen. Sie haben Priorität bei uns in der Wartung, im Support und so weiter und so fort. Also ein ganz attraktives Modell. So, hier haben Sie keine zusätzlichen Upgrade-Kosten. Das heißt, Sie können hier tatsächlich, wenn Sie diesen SMA-Vertrag haben, sich einfach von uns eine neue Lizenzdatei schicken lassen für die Version 9, können die Version 9 einspielen, aufspielen und dann haben Sie im Prinzip Ihr neuestes System. Es gibt viele Kunden, immer mehr Kunden, die das machen. Ich sage das gerade insbesondere, wenn die IT-Abteilungen immer eine größere Rolle spielen, die sind das gewohnt, dass man so etwas bezahlt, dass man das auch nutzt. Und die machen das sehr, sehr oft und ich habe wirklich Kunden, die jedes neue Release bei uns einspielen. Ja, das ist es aus geschäftlicher Sicht. Ich bin, verzeihen Sie, wenn ich hier keine Preise nenne, weil es ein öffentliches Video ist. Aber Sie können sich gerne an uns wenden. Dann können wir Ihnen auch die Preise nennen, beziehungsweise auch einen Partner, der Ihnen dann ein adroktives Angebot zusammen mit uns macht. Aus technischer Sicht aus. So, das Erste ist erst einmal grundsätzlich, Sie haben immer ein zentrales Upgrade über den Master Server und den System Manager. System Manager ist bei uns das Tool zur Verwaltung des gesamten Systems. Maintenance, also Wartung, Konfiguration, Administration und der Master Server ist im Prinzip dieser Kontrollserver, den wir haben für alle, die sich noch nicht so sehr auskennen. So, wie schaut das Ganze aus? Ich habe hier mal einen Screen Shot von meinem System gemacht. Sie sehen also hier, ich habe hier drei Server drin, einen Local Server, der auch gleichzeitig der Master ist. Ich habe dann hier einen HP 800 und einen HP Z240 drin stehen. Dieses Server können wir jetzt hier über unseren System Manager, den Sie hier offen sehen, über die System Settings, können wir ganz einfach updaten. Das geschieht folgendermaßen, ich kann also hier oben einfach auswählen, die Update-Exe. In dem Fall ist es sogar hier ein Fehler, weil ich habe hier eine Gateway genutzt. Das ist falsch. Da habe ich falsch geklickt. So, und dann wählen Sie einfach diese Exe aus und dann können Sie die einzelnen Server, die Sie updaten wollen, tatsächlich auch anklicken und das System macht dann folgendes. Wenn Sie dann auf OK gehen, wird es diesen File, diese Exe-Datei zu jedem einzelnen Server schicken und der Server wird angestoßen, diese Exe auszuführen. Das heißt, der braucht dann so, ja, in der Regel, wenn er ausgelastet ist, drei bis fünf Minuten, startet dann softwaremäßig nochmal neu und dann gibt eine Rückmeldung. OK, das Update ist abgeschlossen und läuft dann ganz normal weiter. So ist der Prozess. Was ganz interessant ist, Sie sehen hier auf der einen Seite die IP-Adressen oder die Host-Adressen, dann sehen Sie hier die Versionsnummer, die das System, die jedes einzelne System hat. Und Sie sehen auch hier einen Status zum Beispiel. Hier steht zum Beispiel Update is not required. Na klar, ich habe die Version 9.3.0 hier als höchste. Ich habe überall die 9.3.0. Das ist unsere letzte Version. Dann kann ich nichts updaten. Das geht nicht. Dann sagt er ganz klar, musst du nicht machen. Und dann habe ich hier auch zum Beispiel die Information, weil das ein Demosystem ist in meinem Fall, dass ich diesen Update Support nicht supported bekomme, sondern dass ich den manuell upgraden muss. Sowas kann passieren, wenn man zum Beispiel kein SMA hat oder sowas kann auch passieren, wenn man ein, wie ich, ein Demosystem hat, dann muss man das manuell machen. Ansonsten funktioniert das auch hier automatisch. Sie können dedizierte einzelne Server auswählen. Sie können alle Server gleichzeitig auswählen und dann macht das System das automatisch von einem zentralen Punkt aus, egal wo dieser Rechner steht. Ja, was ist noch wichtig? Das Dateien-System. Wir haben in Version 8 bereits und in Version 9 noch intensiver das Dateien-System überarbeitet. Mit dem Upgrade auf Version 9 haben Sie die Möglichkeit, entweder Ihr altes bis Version 7 ausgeliefertes Dateien-System zu behalten und damit auch die Daten zu behalten. Das heißt, die Daten werden nicht gelöpft, es wird kein neues Dateien-System angelegt, sondern es wird auf das alte weiterhin zugegriffen. Natürlich mit all den Nachteilen, die das alte System hat oder mit den Einschränkungen. Das heißt, ich habe nur maximal vier Festplatten, ich habe 15 Terabyte, 16 Terabyte als Festplattengröße oder als logische Laufwerkgröße. Ich habe kein Hot Swappable in dem Fall und so weiter und so fort. Das ist aber eine Möglichkeit, um Ihnen auch aus der Version 7, 6 und 5 das Upgrade zu erleichtern. Dann habe ich die Möglichkeit auszuwählen, natürlich, wenn ich sage, mir sind die alten Daten entweder egal, die sind nicht relevant oder ich habe sie archiviert auf einem Archiv-System. Dann kann ich das neue Dateien-System nutzen und dann habe ich auch alle Vorteile. Das heißt, ich habe eine unlimitierte Anzahl von Festplatten pro Server, die ich laufen lassen kann. Ich habe unlimitierte Größen der Festplatten. Das heißt, es ist egal, ob das eine 1 Terabyte, 4 Terabyte, 8 Terabyte, 12, 16 oder was es in Zukunft auch geben wird. Die Größe ist uns egal. Und selbst das, was Sie vom alten System kennen, alle Datei, alle Festplatten mussten die gleiche Größe haben, existiert hier einfach nicht mehr, sondern Sie können unterschiedliche Größen setzen. Und Sie haben Hot Swappable-fähige Laufwerke. Das heißt, fällt Ihnen ein Laufwerk aus, ziehen Sie es raus, setzen Sie es neu und machen weiter mit dem System. Also Sie haben hier in dem neuen Dateien-System wesentlich mehr Vorteile. Das ist modern. Das ist auch das, was Microsoft heutzutage wesentlich besser unterstützt. Es hat eine höhere Performance als früher. Das ist ganz klar auch Schreib- und Lese-Performance ist durch die Anzahl der Festplatten größer geworden. Also Sie haben wirklich unwahrscheinlich große Vorteile. Sie können das auch jederzeit wieder ändern, wenn Sie sagen, jetzt sind meine Dateien nicht mehr relevant für mich. Jetzt möchte ich vom alten aufs neue wechseln. Das ist jederzeit möglich. Was ist noch wichtig? Vielleicht haben Sie Ihre Budgets vielleicht bereits überspannt. Das kann natürlich sein. Und Sie sagen, hey, ich möchte gerne auf das neueste System hochrüsten. Ich möchte auch dieses neue Look & Feel vom Spotter einfach haben. Aber ich kann nicht alle Server gleichzeitig hochrüsten. Was mache ich? Der Master-Server ist immer die höchste Instanz. Das heißt, er braucht das höchste Release. Er braucht die Version 9. Er unterstützt aber auch alle V7- und V8-Rekorder. Also wenn Sie einen V7-Rekorder haben, dann kann der mit diesem V9-Master zusammen kooperieren. Sie haben dann das Look & Feel der Version 9. Das heißt, der Spotter, das User-Frontend ist tatsächlich wie die Version 9. Und Sie haben alle Funktionen, die in Version 7 unterstützt werden, auch in dem Spotter. Meistens noch mehr, weil der Spotter im Prinzip ja sehr viele Plugins hat, die im Spotter laufen, die auch im Spotter operiert werden. Das heißt, oder ausgeführt werden. Das heißt, Sie kriegen nur die Videodaten und Sie werden im Spotter-Frontend ausgewertet, ausgearbeitet. Das heißt, Sie haben auch hier Zugriff zu neuen Features. So, und dann können Sie sukzessive Ihre alten Rekorder dann hochrüsten, wenn das Budget passt. Idealerweise machen Sie das mit dem Komplettsystem. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, diese Möglichkeit gibt es auch, wenn Ihre Budgets momentan recht knapp, recht eng sind. Oder wenn Sie sagen, hey, für dieses Jahr reicht es gerade noch für den Master und zwei Rekorder. Den Rest mache ich nächstes Jahr. Ja, das war es schon zu dem Thema Upgrade. Das heißt, wir haben jetzt besprochen, auf der einen Seite, warum sollen wir upgraden, neue Features, neue Technologien, höhere Performance, Unlimitierung bei den Festplatten und so weiter und so fort. Also es liefert Ihnen tatsächlich alle Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite haben Sie, haben wir auch besprochen, wie es aus geschäftlicher Sicht aussieht. Das heißt, was muss ich tun, wenn ich ein SMA habe? Was muss ich tun, wenn ich kein SMA habe? Wir haben besprochen aus technischer Sicht, was sind die Vorteile? Was muss man beachten, was das File-System, das Dateien-System angeht? Was muss ich beachten, wenn ich nicht so viel Geld momentan, nicht so viel Budget habe? Wie kann ich dann trotzdem die Version 9 momentan nutzen mit den alten Rekordern? Das haben wir alles besprochen. Ja, und jetzt freue ich mich einfach auf Ihre Fragen. Na, schauen wir mal, was es da gegeben hat. Ja, da war natürlich die Frage, wie immer nach dem Preis. Das hatte ich schon gesagt. Ja, die Preise sind so, dass wir sehr attraktiv sind gegenüber unserer Konkurrenz sowieso. Und da wenden Sie sich entweder bitte an uns direkt, also face to face oder dann tatsächlich an den Partner, bei dem Sie es gekauft haben. Wenn der zufälligerweise vielleicht nicht mehr existiert oder sonst was, dann sprechen Sie uns direkt an. Dann können wir auch Ihnen direkt helfen. Dann kam noch eine Frage rein, okay, was ist mit Betriebssystemen? Welche Betriebssysteme unterstützen Sie mit der Version 9? Alles, was höher ist als Windows 10 Pro. Das heißt, Windows 10 Pro, Windows 10 2019 Edition, das ist eine IoT Edition. Dann die ganzen Windows Server Varianten 2012, 2016 und ich meine auch 2019 werden unterstützt. Was nicht unterstützt wird, ist Windows XP und Windows 7, weil beides wird auch von Microsoft nicht mehr supported. Das ist etwas, was ich Ihnen vorher leider Gottes unterschlagen habe. Da bin ich über die Folie drüber gesprungen. Das tut mir echt leid. Die Microsoft hat ja die Betriebssysteme XP und Windows 7 aus dem Support herausgenommen. Die sind End of Life und in den meisten Fällen auch End of Support. Das heißt, Microsoft drückt natürlich auch hier sehr stark Richtung Windows 10 und Zukunft und auch bei den Serversystems genauso. Und wir sind natürlich da auch daran gebunden, dass wir diesem Pfad auch folgen. Ich möchte auch noch ein Thema zum Thema Windows 7 sagen, nicht Windows 7, sondern Miracin WMS Version 7 sagen. Das ist auch End of Life und End of Support bei uns. Das heißt, alles, was älter ist als Version 8, wird von uns nicht mehr weiterentwickelt. Da gab es das letzte Release jetzt vor kurzem und das war es, weil wir uns sehr stark auf die Zukunft konzentrieren, auf die jetzigen Versionen und natürlich auch unsere Kraft darin bündeln. Deswegen sind auch unsere Preise so attraktiv, dass man das eigentlich relativ gut machen kann. Einfach auf neuere Versionen hochrüsten. Es ist in vielen Fällen einfach nicht mal notwendig, die Hardware auszutauschen, weil die Hardware vielleicht mal gerade drei Jahre alt ist. Wir sind, was das angeht, auch sehr entspannt, was die Hardware angeht. Ja, weitere Fragen. Wie schaut es mit der Version 8 aus? Ja, Version 8 wird End of Life gehen. Das wird passieren im nächsten Jahr und sie wird dann ein Jahr später End of Support gehen, weil wir dann mit unserem nächsten Major Release rauskommen, Version 10, über das ich ja gerade schon ein bisschen gesprochen habe. Also hier folgen wir genauso der IT-Strategie, ältere Systeme einfach auslaufen zu lassen, ausfasen zu lassen, um mehr Kraft in die neuen Systeme hineinzubringen und in die Zukunft. So, ich sehe, es sind keine weiteren Fragen mehr. Ja, dann bedanke ich mich letztendlich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Teilnahme. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Es ist diesmal ein sehr kurzes Seminar gewesen. Ich hoffe, Sie können das auch genießen. Trinken Sie einfach jetzt nochmal eine Tasse Kaffee oder ein Espresso oder was auch immer. Machen Sie eine kurze Zigarettenpause, wenn Sie rauchen. Genießen Sie die Zeit. Denken Sie darüber nach. Mag ich hochrüsten? Mag ich nicht hochrüsten? Wir sagen ganz klar, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn Sie noch Zweifel haben, sprechen Sie mit uns. Ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Webinar wiedersehen. Was das Thema sein wird, das weiß ich momentan noch nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir das nächste Webinar wieder miteinander begehen können. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es uns. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann sagen Sie es uns auch. Und vor allen Dingen sagen Sie es weiter, dass wir eine größere Audienz bekommen. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Alles Gute. Machen Sie es gut.